Willkommen, liebe Suchende nach den verborgenen Wahrheiten, im mysteriösen Zentrum, wo sich die Geheimnisse des Universums vor ihren Augen entfalten. Heute begeben wir uns auf eine Reise jenseits des Sichtbaren und erforschen die subtilen und doch tiefgründigen Wege, auf denen der Kosmos mit uns kommuniziert. Im verschlungenen Tanz der Existenz gibt es Zeichen, Geflüster des Universums, die oft unbemerkt bleiben, aber eine ungeheure Kraft haben. Es handelt sich dabei nicht um bloße Zufälle, sondern um die Art und Weise, wie das Universum uns schützt und leitet, um eine kosmische Symphonie, die direkt unter der Oberfläche unseres täglichen Lebens spielt. Stellen Sie sich einen Moment lang vor, dass das Universum durch Zeichen, die Sie vielleicht übersehen haben, zu Ihnen spricht. Was, wenn diese zufälligen Ereignisse, diese kleinen Schluckaufs in Ihrem Tag, tatsächlich Teil eines großen Plans sind? Was, wenn das Universum Sie sanft auf Ihr wahres Schicksal lenkt und Sie vor Wegen bewahrt, die nicht für Sie bestimmt sind? In der heutigen Sonterfolge enthüllen wir die acht mystischen Zeichen, dass das Universum Sie tatsächlich beschützt. Sind Sie bereit, die von den Sternen geflüsterten Geheimnisse zu lüften? Lass die Reise beginnen, genau hier, im mysteriösen Zentrum. Erste körperliche Empfindungen und Schmerzen, das kosmische Geflüster für die Selbstfürsorge. Stellen Sie sich Ihren Körper als einen heiligen Tempel vor, in dem jedes Wehwehchen und jeder Schmerz eine Botschaft des Universums ist, die Sie auffordert, innezuhalten und zuzuhören. Diese körperlichen Empfindungen sind keine bloßen Unannehmlichkeiten. Sie sind tiefgründige kosmische Signale. Eine plötzliche Krankheit oder unerklärliche Schmerzen können ein Hinweis des Universums sein, bestimmte Wege zu meiden oder vielleicht langsamer zu machen und sich um Ihre Gesundheit zu kümmern. Es ist eine mystische Erinnerung, sich auf das zu besinnen, was Ihre Seele wirklich nährt. 2. Unfälle als Botschaften Der dramatische Weckruf des Universums. Betrachten Sie die erschreckende Störung eines Autounfalls. Es ist mehr als nur verbogenes Metall und zerbrochenes Glas. Es ist eine kraftvolle Botschaft aus dem Kosmos. Diese abrupte Unterbrechung könnte ein himmlisches Zeichen dafür sein, dass Sie Ihr Lebenstempo neu bewerten, Ihre Prioritäten überdenken oder Ihre Lebenseinstellung ändern sollten. Diese Momente, so schockierend Sie auch sein mögen, sind eine deutliche Mahnung des Universums, den eingeschlagenen Kurs zu überdenken und vielleicht zu ändern. 3. Tägliche Ärgernisse als Hinweise, die subtilen Stupser des Universums. Die verlegten Schlüssel, der nicht funktionierende Computer, das sind nicht nur zufällige Ärgernisse. Jedes kleine Ärgernis ist ein Faden im komplizierten Gewebe Ihres Schicksals. Diese scheinbar unbedeutenden Probleme könnten Sie dazu anleiten, auf die Feinheiten des Lebens zu achten und Ihnen signalisieren, dass ein größeres Problem im Spiel sein könnte, das Sie dazu anregt, den Ursachen Ihres Kummers auf den Grund zu gehen. 4. Rückschläge im persönlichen und beruflichen Leben, Ihren Weg neu ausrichten. Jede Herausforderung in Ihrer Karriere oder Ihren persönlichen Beziehungen enthält eine versteckte Botschaft. Eine verweigerte Beförderung oder eine belastete Freundschaft könnte die Art des Universums sein, Ihnen zu sagen, dass dieser Weg nichts für Sie ist. Diese Rückschläge sind keine Straßensperren, sondern Umwege, die Sie auf eine Reise führen, die wirklich mit Ihrem inneren Wesen übereinstimmt. Sie sind himmlische Wegweiser, die Ihnen einen Weg zeigen, auf dem Ihre Talente und Freuden in Harmonie miteinander stehen. 5. Verpasste Gelegenheiten, Wegweiser zu Ihrer wahren Bestimmung. Das verpasste gesellschaftliche Treffen oder die verpasste Chance auf ein kreatives Projekt, das sind keine bloßen Versehen. Sie sind die Art des Universums, Sie auf Gelegenheiten hinzuweisen, die wirklich mit Ihrem Wesen übereinstimmen. Betrachten Sie sie als kosmische Umleitungen, die Sie zu Erfahrungen führen, die Ihnen mehr Erfüllung und Freude bringen, ein Anstoß zu einem Weg, auf dem Sie in Ihrer wahrsten Form gedeihen können. 6. Intuitive Gefühle, der innere kosmische Kompass. Das Bauchgefühl, die subtile Intuition, dass etwas nicht stimmt, ist Ihre persönliche Verbindung zur kosmischen Weisheit. Diese Gefühle, die von leichtem Unbehagen bis hin zu tiefem Unwohlsein reichen, sind Ihr inneres Navigationssystem, das Sie von Schaden fernhält und Sie auf Wege führt, die mit Ihren tiefsten Wahrheiten übereinstimmen. Vertrauen Sie diesen Gefühlen, Sie sind Ihr zuverlässigster Wegweiser durch das komplexe Labyrinth des Lebens. 7. Sich wiederholende Zahlen und Muster, die verschlüsselten Botschaften des Universums. Die wiederholte Begegnung mit der gleichen Zahlenfolge ist wie der Empfang einer verschlüsselten Botschaft aus dem Kosmos. Diese Zahlen sind nicht zufällig. Sie sind mystische Zeichen, die Sie dazu auffordern, sich auf bestimmte Aspekte Ihres Lebens zu konzentrieren. Es können Bestätigungen, Warnungen oder Signale für Veränderungen sein. Sie laden Sie dazu ein, die tiefere Bedeutung dieser Muster zu erforschen und die darin eingebettete himmlische Führung zu entschlüsseln. 8. Verzögerungen und blockierte Pfade, die schützenden Hindernisse des Universums, Verkehrsstaus, Flugverspätungen oder unerwartete Hindernisse auf dem Weg zu Ihren persönlichen Zielen. Das sind keine bloßen Unannehmlichkeiten. Sie sind die Art des Universums, sie vor unsichtbaren Gefahren zu schützen oder sie auf fruchtbarere Pfade umzuleiten. Jede Verzögerung ist ein versteckter Segen, eine vom Kosmos geschenkte Pause, um sie davor zu bewahren, in eine Situation zu geraten, die nicht für sie bestimmt ist, oder um sie zu einem Schicksal zu führen, das mehr mit ihrem wahren Selbst übereinstimmt. In diesen Zeichen spricht das Universum in einer Sprache des Geheimnisses und des Wunders, die uns subtil und doch kraftvoll zu unserem authentischen Selbst führt. Indem wir uns auf diese Zeichen einstellen, navigieren wir nicht nur mit unseren Augen, sondern mit unserer Seele, in Harmonie mit dem kosmischen Tanz des Schicksals. Wenn wir den Vorhang für diese himmlische Reise durch die mystischen Zeichen des Universums schließen, wollen wir die tiefe Weisheit, die wir entdeckt haben, mit uns tragen. Denkt daran, liebe Sucher nach den verborgenen Wahrheiten, dass diese Zeichen keine bloßen Zufälle sind, sondern heilige Einflüsterungen aus dem Kosmos, die uns auf unserem Lebensweg leiten. Danke, dass Sie uns auf dieser mystischen Reise im mysteriöses Zentrum begleiten. Möge die Führung des Universums ihren Weg erhellen und mögen Sie im Einklang mit dem kosmischen Rhythmus wandeln. Bis wir uns wiedersehen, lauschen Sie weiterhin dem subtilen Geflüster des Universums. Lebt wohl, Reisende auf dem mystischen Pfad!